Und wer zuerst drei Scheiben Weißbrunnen auf hat, hat gewonnen. Drei, zwei, eins, fressen! Dennis fängt mit kleinen Bissen an. Johnny hat eine ganz andere Taktik. Johnny wirkt einfach rein. Okay, Dennis hat... Ja, doch, jetzt fängt er an, sich zu beeilen. Bleibt bei seiner kleinen Bissen-Taktik. Johnny packt einfach immer mehr rein und kaut wie ein Blöden. Wow, super. Oh, schmeckt die auch. Dennis fängt jetzt der zweite an. Oh, Johnny, das sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Ob der sich da nicht zu viel vornimmt? Boah, Alter, ist das ein assig-Spiel. Du machst das auch aus ein assig-Spiel. Jetzt musst du den Mund neu erkriegen. Mal gucken, dass das fertig ist. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich hab's jetzt mal geholfen.